ARD Text im Auftrag von Funk Ach du Schein. Ja, ich bin Bruno Roth. Somit kann ich ihm gehen. Detektiv? Detektivslos in Amerika. Rockfreund mit Kolumbo und so. Das scheint ernster zu sein. Schon flucht, ich denke. Tja, Denken ist so eine Sache. Wäre ja in deinem Fall... ...Motermord? Wir brauchen Leute, die ermitteln können. Und nicht Leute, die über Ermittlungen stundenlange Opern erzählen können. Das zahle ich dir ein. Tja, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.